Neubau A44, A4, künftiges Dreieck, Herrleshausen-Wommen. Hier ist die A4 und dort oben, das Brückenbauwerk, ist der Anschluss der A44 Neubau. Aufnahme 1.11.2020 WDR mediagroup GmbH-WDR mediagroup GmbH-WDR. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Neubau A44 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufnahme 1.11.2020 Untertitelung des ZDF, 2020